Heute ist es soweit, wir machen die ultimative Folge im Brick Rigs, wo Kasper und ich uns erstmal wieder lustig trollen, wir werden mit verschiedenen Fahrzeugen, wir werden erst mal starten als Feuerwehrmänner und werden ganz am Ende einfach McDonalds zerstören, Freunde, es wird heute mega, mega lustig, wenn ihr davon mehr sehen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, Freunde, und vergesst auch nicht, die Glocke zu drücken, viel Spaß, es ist mit dem Video. Kasper, ey, seit wann bist du denn Feuerwehrmann geworden? Ja, seit kurzem, ich wollte mal ein bisschen was da machen und du auch. Ja, ja, ich auch, natürlich bin ich ein Feuerwehrmann, was denkst du denn von mir? Na ja, dann sag mal her, dein Feuerwehrauto. Mein Feuerwehrauto? Na gut, okay, ich hol kurz mein Feuerwehrauto raus, kein Problem, ich mach das jetzt ganz kurz, so, hier, zack und, na, tatü, 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 tatü. Das sieht mir doch mal, das sieht mir stabil aus, muss ich verstehen. Das ist echt ein gutes Feuerwehrauto, ne? Das sieht sehr, sehr gut aus. Das ist gut, gut ist halt, ich kann das Ding auch, oh, was aber, sag mal, das verliert ja schon direkt alle Reifen. Verdammt. Wir sind hier in der Wüste gelandet, Kasper. Hier ist halt, äh, nichts, irgendwie was Wildes oder so, sondern. Was hast du gespawnt? Ich seh gar nicht, ich seh gar nicht, ich seh gar nicht, ich seh gar nicht, ich mach dein Ding gerade voll kaputt. Hör bitte auf. Warte, 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 pass auf. Warte, warte, ich hab dich gleich, ich hab dich gleich. Du bist unsichtbar. Natürlich bin ich unsichtbar, ich bin ne Todesschlange. Oh Mann ey. Verdammt, warum treff ich dich ja nicht? Ja. Oh Mann. Weißt du, was ich noch in petto habe? Ja, was denn, jetzt bin ich gespannt. Pass mal auf, ich will nicht zu viel callen. Ja. Aber, ne, du weißt ja, so ne Feuerwehrmannschaft, die besteht nicht aus nur einer Person. Nein, die besteht aus ganz vielen Personen. Was? Schnell weg. Ich zieh durch, ich zieh durch. Was ist denn da? Ah, Tacke. Was ist das? Guck mal, ich schau rein, leider, war's gut. Digga, ich weiß gar nicht, wo ich hier gerade bin. Hä? Verdammte Axt. Was ist denn da? Was ist denn das? Hallo und ausrichten. Yo. Einfach in tausend Tagen. Ey, ich bin so weit weggeflogen. Mega, das ist ja nur absolut op, meine kleine, das ist hier meine kleine Skorpion. Das ist ein Wüstenskorpion. Ja? Das war doch, was du willst. Ja, pff. Ausrichten. So, pass mal auf. Also du hast anscheinend so ein kleines Mini-Panzer-Ding. Ich hab auch so ein Teil, keine Sorge. Keine Sorge. Oh. Was ist das denn? Was ist das denn, Digga? Verdammte Axt. Was hast du da? Verdammt. Was hast du denn da? Verdammt. Was hast du? Hast du da vorne so eine Ultra-Mega-Kanone? Ja. Ja. Und pass mal auf, was ich noch hab. Richtet die Atom-Kanone. Nein, nein. Ich häng hier irgendwie fest. Ich muss mich nochmal neu spawnen. Verdammt. Ich tue Abbrot. Ey. Hoppla. Ich brauch Fischfutter. Hier. Hast du Fischfutter? Ich bewässer dich, damit du leben kannst. Oh, perfekt. Danke. Das ist das kalteste Feuerwehrauto der Welt. Ich brauch Fischfutter. Ey, was machst du denn da für ein Breakdown? Meine Flosse ist kaputt. Du hast mir wehgetan. Pass auf. Ich würd mal sagen, hier war so richtig eine coole Strecke hier am Start. Dann wollen wir mal ein Rennen machen mit dem Ding jetzt hier. Aber darf ich noch was anderes raussuchen dafür? Klar, klar, klar. Okay. Ich muss auch was anderes raussuchen. Ich hole mir jetzt erstmal hier ein richtiges Auto. Da wirst du erstaunt sein, ne? Ich hole mir was richtig schnelles. Du wirst verlieren. Soll ich das auch sagen, warum? Ey, okay. Also jetzt kotzt du wirklich ziemlich viel, muss ich sagen, ne? Jetzt kotzt du ziemlich viel. Ja. Wir wissen beides, dass du verlieren wirst. Du wirst verlieren. Du wirst verlieren. Du wirst verlieren. Junge, muss ich dazu noch was sagen? Du wirst verlieren. Du wirst verlieren. Jetzt hör auf zu provozieren und du wirst nämlich verlieren. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Pulitzer, oder sind immer schneller in den Filmen? Digga, mein Ding fährt gar nicht. Ha! Ich will noch was anderes nehmen. Hau rein! Ey! Ich will noch was anderes nehmen. Ich nehme was anderes. Ich nehme was anderes. Das zählte nicht. Dein Teil fährt. Das ist nicht gefahren gerade. Achso. Hier. Okay. Ja. Wow. Das ist gut für Offroad. Okay, Abfahrt. Jetzt hör doch mal. Aus dem Weg. Ey. Ja, Digga, ich will trotzdem 10 mal so schnell wie du. Oh, oh, oh. Ja, ja, hau rein, ey. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Ich fahr schon. Ich fahr schon. Verdammt, ich bin dagegen gefahren. Ey. Gegen den einzigen Kaktus. Was machst du denn da? Ich fahr hier ein bisschen Offroad. Was machst du denn da? Offroad. Ey, Junge. Ich muss aber sagen, das ist das stabilste. Ja, aber jetzt von so einem kleinen. Hä? So wie zum Thema, das ist das stabilste Polizeiauto, was du kennst. Ja, moin, Digga. Hauptsache, meine Reifen kommen wieder zurück. Perfekt. Okay, also ich hätt ja mal Bock. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen untypisch. Aber ich hätt ja mal Bock darauf, irgendwie so ein Flugding irgendwie hier zu spawnen. Ja. Bin ich ganz bei dir? Ich sag dir, das ist zu groß für die Area. Willst du es ignorieren? Kann man auch nochmal losfliegen jetzt hier? Na, leckt alles oder was? Was hast du denn da am Start? Wow. Alter. Was hast du da am Start? Das ist zu groß. Alles gut, du kannst es löschen. Ich hab ne gute Idee. Ich hab auch ne richtig, richtig gute Idee. Okay, pass auf. Bist du schon am Start? Ja. Oh, ich sponze. Hey, es leckt. Oh Gott. Wenn es wieder so lange dauert, Digga, dann ist nix Gutes. Oh. Ich seh noch nix. Wow. Alter. Alter. Was ist das? Wo bist du? Eine riesige Rakete. Wo bist du denn? Ich bin noch auf dem Boden. Die ist ohne mich abge... Was hast du denn da? Das ganze Game hängt. Alter, guck dir mal das McDonalds an, Kasper. Hey, Digga. Das sieht ja wohl ganz verkehrt aus. Das sieht echt voll verkehrt aus. Das schwebt auch einfach. Das schwebt echt so ein bisschen. Also irgendwie stimmt was bei den McDonalds nicht. Ich würde sagen, ich... Willst du reingehen? Ich wollte mal kurz einen Big Mac holen, oder? Okay, hol dir mal einen Big Mac. Okay, komm. Dann lass uns mal ganz kurz einen Big Mac holen. Ich bin auch am Start. Hallo, ich hätte gern einen Big Mac von Ihnen. Das wäre super, wenn Sie mir den sofort... Ausverkauft. Wie, es ist ausverkauft? Es ist ausverkauft. Ich geh sofort einen Big Mac. Wir haben ja nix mehr. Hier, kannst du die Reste essen. Hier ist noch einer. Nein. Ich esse den hier. Das ist meiner. Das ist mein Big Mac. Das kann nicht... Man kann ja nur die Türen auf... Ey, sind da sogar noch Toiletten drin bei McDonalds. Ja, Digga. Was denkst du? Oh, hier ist McDrive. Okay. Ey, hier ist auch der Luftballon und so. Das sieht aber ganz schön lustig aus. Meinst du, wir sollten... Das ist ja wohl nicht ein... Jetzt ist es... Jetzt ist es... Jetzt ist es... Kein McDonalds mehr. Das ist einfach nur irgendein Restaurant. Jetzt ist es Explosivs. Das ist die Frage. Kann man das auch noch komplett zerstören, das McDonalds? So, pass auf. Oh, das würde mich mal interessieren. Oh, jetzt auseinanderfällt, Alter. Dann zack. Hast du schon zerstört? Noch nicht ganz. Okay, ich hab was. Bist du ready? Bist du ready? Schieß los. Okay, und Feuer. Oh, Alter. Ich muss näher ranfahren. Ich muss näher ranfahren. Ich merke das. Oh, es leckt alles. Alter. Oh mein Gott, das wird jetzt komplett zerstört, glaube ich, oder? Ich seh nur ein paar Bilder. Alter. Alter. Yo. Wow. Yo. Du hast... Du hast... Du hast McDonalds komplett zerstört, Alter. Digga, das ist einfach komplett broke. Alter, Digga, da geht wirklich gar nichts mehr. Oh, sorry. Das ist ja wohl... Du bist doch mal ein fastes One-One-One-One, oder was? Nee, nee. Also, ich muss sagen, krass, dass du McDonalds zerstört hast. Das hätte ich von dir gedacht, dass du was machst. Digga, was für das denn heißt. Das war unser Plan, hast du gesagt. Das war unser Plan. Wo bist du? Burger, geh gar nicht mal hier. McDonalds, halt mal McDonalds. Wo bist du? So McDonalds auch weg. Wie, was willst du denn? Wo bist du denn? Ich komme noch her. Loch Mando. Jetzt lass mich doch mal... Okay, Freunde. Der McDonalds war auf jeden Fall schon mal hier kaputt. Du bist so eine Sau, Digga. Das sollte die Folge von dem Video gewesen sein. Wenn ihr euch mit dem Nächsten gefallen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und checkt ein, so wie ihr es hier aus. Einmal draufklicken und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.